Musik Tino, hi. Hallo, ich grüße dich ganz sehr heute hier in der Homebase von Dudes und Decks zu unserer BeatConnect im Monat Juli 2019. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute hier da bist. Ich bin auch. Und zwar habe ich mich nämlich, ich habe mich in deine Musik verliebt. Echt? Ja, ganz verrückt, ganz verrückt. Und zwar habe ich dich gehört zu Silvester 2018. Und ja, fand es so schön, was du dort gespielt hast. Ganz alte Lieder, die mich an meine alten Zeiten erinnert haben. Und ich dort ganze Zeit gefeiert habe und ich dich unbedingt hier haben wollte. Und deswegen vielen Dank dafür. Tino Hensch aus Wolkenburg. Aus Flöher. Ist das bei Wolkenburg? Nein. Erklär mir das bitte. Flöher ist zwischen Freiberg und Chemnitz. Wie kommen wir denn auf Wolkenburg? Dort ist die Technoschmiede, das Technostübchen. Ah, interessant. Da hätte ich dich nämlich eh noch gefragt. Okay, du hast ja am Technostübchen eigentlich zur Musik gefunden. Ist das richtig? Ja, ich durfte dort mit meinen Kollegen. Wer ist das? Ja, der Nico Landgraf, dann die Indiana Jane, dann die Jenny und der Acid und der Römmel. Und die hast du gehört und hast gedacht, ich möchte mich jetzt auch hinter die Decks stellen und selber mich mal probieren. Ja, mich hat eigentlich dazu bewogen, dass ich halt nicht mehr die Musik höre, die ich will. Tanzen kann man immer, aber wenn die Musik nicht läuft, dann bringt das nichts. Genau, und deswegen hast du gesagt, ich muss mich jetzt endlich mal selber hier hinstellen und das spielen, was ich gerne hören möchte. Ich will auch mal. Ich will auch mal. Ich bin nicht dran. Gut, welches Jahr war das? Und weißt du noch? 2016, 15, 16. Also noch ein Stich? Ja. Ein Stichling? Eigentlich Tänzer. Eigentlich Tänzer. Gut, aber schön, dass du dich probiert hast und überhaupt, dass du so eine Musik spielst. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Stil sagen? Also ich denke, du fühlst die Musik, du spielst so nach Gefühl. Ich hoffe, ja, stillos, würde ich sagen. Welche Richtung, so ein bisschen technisch ist es ja nicht. Alles Mögliche. Das, was gerade, das passt. Na, erzähl mal, wenn du dich jetzt zum Beispiel wunderbar fühlst, was spielst du da für Musik? Ja, schon eher Haus. Und was ist, wenn die Welt nicht so hinhaut, wenn das nicht so läuft alles? Dann Haus. Na, wir sind mal gespannt, was heute läuft. Hast du vielleicht irgendwas noch zu sagen an die Leute? Und die Leute, ja, danke, dass ich hier sein durfte, darf. Und ich freue mich. Auf gleich. Genau. Wir sind gespannt. Und ich hoffe, dass du Podcast esse Video mal gerne dafür ver〜st. Und ich hoffe, denn, wir sind sechsmal Who? Dass ich dich wosplast. Und ich hoffe, denn, wir sind sechsmal im Moment. Und dann bem Tschüss. Und ich hoffe, denn, wir sind sechsmal beim Auswand. technically America Goldsteine. Oder ist das nächste Mal? Ich hoffe, di Advis栗, oder? Bis zum nächsten Mal.